Es herrscht beste Stimmung heute auf dem Campingplatz der Nature One. Die Leute feiern, die Sonne knallt und vom Matsch ist, zumindest an der Oberfläche, auch nicht mehr viel zu sehen. Trotzdem bleibt es dabei, es darf niemand mehr aufs Gelände fahren. Es ist alles schlammig und dann kriegst du halt die Camper einfach nicht mehr rauf, weil der Boden halt schon komplett durchnässt ist. Und wenn du dann ein Fahrzeug rausziehen musst, dann staut sich dahinter halt extrem lang. Und das war halt dann leider heute früh so, dass wir gesagt haben, das können wir den Leuten nicht zumuten, weil dann einfach die Schlangenstunden dauern, was dann halt nicht mehr möglich ist. Und so gibt es seit heute Morgen nur noch einen Weg auf den Campingplatz, mit Sack und Pack zu Fuß. Hier lässt man sich aber nicht die Laune verderben. Die meisten der Feiernden sind schon richtige Nature One Wetterprofis. Wir waren letztes Jahr schon da. Es hat drei Tage durchgeregnet und wir hatten trotzdem sehr viel Spaß. Also Wetter ist egal. Und deswegen sind wir eigentlich nur super gut durch den Matsch geslidet und sehr froh, dass wir so schönes Wetter heute hier haben. Frustrierend bleibt es für alle, die teils stundenlang angereist sind und für die die Party jetzt komplett ausfällt. Da ist es auch nur ein kleiner Trost, dass ihnen der Veranstalter die Kosten für Eintrittskarten und Campingtickets ersetzen will.